So, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ich speichere mal fix, bevor ich hier irgendwas mache. Ich schau mal, wie es mir geht. Ja, geht eigentlich ganz gut. Ich lasse das trotzdem hier für den Fall der Fälle. Aber es ist noch nicht Tag. Wisst ihr, was wir mal machen? Wir holen uns mal eine Kokosnuss. Moment, mir ist zu laut. Es ist immer noch zu laut. Die Schritte sind mir zu laut. Okay, hier ist eine Kokosnuss. Na, na! Hä? Keine Kokosnuss? Okay. Hoch mit dir. Hä? Hier ist auch keiner? Hier ist einer dran. Jawoll! Und? Hier ist keiner. Sind die zu klein oder warum ist hier nix? Hoch! So, haben wir hier eine? Hä? Auch keine? Das ist aber komisch jetzt. Das verstehe ich nicht. Hier. Ach! Ich würde mal fix schlafen. Na? Hallo? Da ist ja nicht nur das Ding. Wir safen nochmal. Wir nehmen ein paar Kokosnüsse. Hallo? Na? Eins, zwei, drei, so, und jetzt essen wir noch welche. Eins, zwei, eins, äh, drei, vier, fünf, sechs, so, yum, 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 ja. Ja, vier, fünf, sechs, wie geht's uns? Puh, abgesehen von, von Durst. Okay, die Buckets sind auch leer. Ja, ich schau jetzt mal hier in das... Ah, okay, hier waren wir schon. Ui, ähm... So. Ey, was wollen denn die nur mit der blöden Flärkern? So. Was soll ich damit machen? Ui, guck mal. Ähm... Warum ist hier alles offen? Hab ich das schon rausgeholt alles? Wirklich? Tja, wahrscheinlich. Gut, dann können wir ja auch wieder gehen. So. Da lang. Ah, wir rudern. Wir... Rudern. Hier, Rudern, Rudern, Rudern. Pst. Ist mein Handy? Bäh. 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 Okay, ich segel mal nach da. Weil da ist eine Insel und da war eine. Vielleicht ist ja was dazwischen. Ich möchte bitte eine Bohrinsel finden. Danke. Aber eine Insel sehe ich trotzdem nicht. Es ist schade, dass man keine Karte oder irgendwie hat, dass man wenigsten so in etwa war jetzt, wo man hin muss, wenn man schon keinen Kompass hat. Okay, da ist nein. Das sah gerade komisch aus. Ich habe irgendwas im Auge. Ich habe irgendwas im Auge. Aber ich finde keine Bohrinsel. Aber ich finde keine Bohrinsel. Lass mich. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht ganz praktisch ist. Ja komm, das machen wir mal. Wir machen mal auf jeder Insel, wo wir sind, so einen komischen Shelter. Na, na, na. So. Und dann braucht man noch Lashings, ne? Was, glaube ich. La, 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 la. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Schatten echt komisch aussieht? Die Hand sieht gar nicht gesund aus. Wenn der hier drauf einschlägt. Achtung. Guck mal den Schatten da unten. Die Hand. Das ist doch keine Hand. Das ist doch irgendwas. Gruselig. Ähm. Jucka. So. Eins, zwei, drei. Na, drei. Drei. Vier. So. Dann machen wir gleich ein Lashing draus. Und machen gleich... ...ein Shelter. So. Wir speichern mal. Kokosnuss. 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 Haha. So. Moment. Ja. Na gut, dann nehm ich die mit. So. Äh, wie lange? Oh Gott. Müssen wir mal gucken, wie lange ich aufnehme. Neh mich. Neh mich. Hä? 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 Wo ist denn der Rest? Ich verstehe auch nicht, warum das so hängt gerade. So. Noch irgendwer hat das Bedürfnis? Hier, du vielleicht? Oh, wieso der hat die Achse mal wegschmeißt? Ich verstehe es nicht. So. Einmal. Zweimal. Oh. Na. Trink. Trink. So. Gib mal her. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Oh. Okay, ich bin voll. Und die noch. Ach, das ist schon. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Ähm. Oh. Mal mit. Gut, wir segeln weiter. So. Ähm. So. Wir segeln. Segeln, segeln, segeln. Ich hätte gerne mal eine Bohrinsel gefunden, falls es jemanden interessiert. Und irgendwie auch vielleicht was, äh, um mein Floß größer zu machen, vielleicht. Wär irgendwie voll cool. Ich hab eiskalte Finger. Oh. Die frieren gleich ab, die Finger. Oh, oh. Hä? Hab ich die jetzt noch nicht gesehen? Oder ist die gerade erst reingekommen? So. So. So, leerer Eimer, okay. Komm her! Nee, eigentlich ist das Essen überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist wohl mehr das Trinken. Es liegt hier, Spänen. Was ist das? Ach. Okay, ich nehme an, es wäre dann doch praktisch, wenn wir dann irgendwann wieder nach Hause kämen. So, uns geht's gut. Wo ist mein Fluss? Achtung! Ein leerer Eimer. Ah! Im Ernst? So. So, ihr Lieben, wie komme ich jetzt schnellstmöglich wieder nach Hause? Ohne Kompass? Peaches. Peaches. Boah. Wird echt mehr schlecht. Ein High. Ach nee, ist das furchtbar. Ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt lang soll. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie wird's dunkel. Und wir sind hier auf hoher See. Oh! Kartenende. Tja, dann fahren wir mal dem Mond entgegen. Also da hinten sind solche gelben Boppel im Wasser. Das bedeutet Kartenende. Und wenn wir da drüber hinausfahren, keine Chance. Kommst nicht wieder an. Ein High. Aber ich hätte irgendwie schon gerne meine Bohrinsel gefunden. Da ist ne Insel. Äh, der Mond flackert. Wir gehen mal zu der Insel. Ich trinke mal einen Schluck, bitte nicht wundern. Man quatscht sich ja hier die ganze Zeit im Mund dusselig. Da ist eine Insel. So, ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich für ein Spiel spielen soll als nächstes. Ich wollte ja irgendwann mal Piney Drive spielen. Aber es ist halt übelst dunkel und ich weiß nicht, ähm, ja, ob das so gut ist. Bin ich zu hell? Weil es so dunkel ist? Also da ist ne Insel, wenn ihr das nicht so richtig seht. Peaches. Ach, meine Katze wieder. Die hat echt das Bedürfnis, am meisten zu mauzen, wenn ich gerade aufnehme. Guckt mal, da steht ein Shelter. Äh, okay. Peaches, was ist denn? Aber ist ja cool. Wie ich spiele... Boah. Er ist kurz vor 8. Okay, oh, ich seh schon, die Folge geht 21 Minuten. Ähm. Sogar jetzt 22 Minuten. Ich hab ja jetzt hier gespeichert. So. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sag ich Tschüssi. Tschüssi.